Bundesliga-Spieltag 1 in the books. Wer sind unsere Gewinner? Wir ziehen uns die Gewinner raus, inklusive Erklärung. Ich bin Kessem, euer Liga-Inzider und lasst gerne Liebe, Like, Abo, Kommi und Glocke da und damit gehen wir rein. Und wir starten mit dem ersten Gewinner und das ist Eric Dyer und jetzt denkt hier der ein oder andere, hä, wie kann denn der ein Gewinner sein mit irgendwie neun Spielminuten und ein bisschen Nachspielzeit? Das sage ich euch ganz einfach, Minute 55 Kim gegen Wimmer und ich weiß nicht, was mit Min Jae Kim in der Bundesliga los ist, aber wenn der zurück nach Neapel geht, ist bestimmt wieder ein Elite-Verteidiger, aber Bundesliga und Kim, das soll aktuell einfach irgendwie nicht zusammenpassen. Fehler vor Gegentor, verpennt da den Wimmer-Zweikampf und ja, Wolfsburg geht dann sogar damit in Führung, das Tor dann durch Maier und deswegen ist Dyer ein Gewinner. Für mich kann sich berechtigte Hoffnung machen auf die Startplätze für das nächste Spiel zu Hause gegen Freiburg. Kam nämlich rein, 100% erfolgreiche Pässe, die 100% auch bei den Zweikämpfen Luft und Boden ebenfalls. Klar ist eine Small Sample Size, aber er war direkt da und hat auch keine Note bekommen. Ich gebe ihm aber Note 1, ist gestandener Defensiv-Allrounder, deswegen auch mit Kane-Buddy-Connection. Mein Platz 5 hier, Eric Dyer. Meine Nummer 4, das ist Stefan Bell. Ja, Maxi Leitsch, der musste nach 31 Minuten verletzungsbedingt runter vom Rasen. Generell ja auch verletzungsanfällig. Und für ihn kam dann Stefan Bell, direkt das Lob einkassiert hier von Henriksen. Henriksen, super Werte, Pässe 85%, Zweikämpfe, Boden 50% und auch in der Luft 67%. Geklärte Bälle sogar auf Platz 2, da war nur Anton Stach noch besser. Und ja, bekommt bei uns nur die Note 3,5, da würde ich gleich nochmal durch die Redaktion schreien. Hat mir sehr gut gefallen, weiß ich nicht, warum wir den so low raten. Zwei begangene Fouls, okay, aber Stefan Bell, meine Platz 4 hier. Ist auch eine absolute Legende, spielt seit der U19 in Mainz. Ja, 2009 und absoluter gestandener Verteidiger hier. Könnte, ist hier erstmal mein Gewinner, aber die Mainzer suchen natürlich auch nochmal nach einem Verteidiger. Eventuell rotiert er wieder raus. Ich habe ihn jetzt hier aber erstmal so notiert. Platz 3, das ist Antonio Nusa. Ja, Märchen-Story in Leipzig. Stell dir vor, du bist 19, kommst aus Brügge und dir wird nachgesagt, du seist nicht torgefährlich. Hast da irgendwie vier Tore in Belgien bei drei Spielzeiten geschossen. Das ist natürlich nicht so viel. Ja, und dann gibt es dir erstmal einen Gruß an alle Kritiker ab. Der hat natürlich noch nicht die Minuten bekommen, die er haben soll. Hat jetzt erstmal 35 gesehen, aber ja, du siehst es direkt in der Offensivpower von Leipzig. Da fühlt er sich wohl und ich hatte ihn ja schon im Teamcheck. Da hatte ich schon zugegeben, dass ich mich so ein bisschen in den verliebt habe. Und nach dem Einstand mit Siegtor, da gibt es hier erstmal ein Kusser für Nusa. Note 3 von uns in seinen 35 Minuten plus. X. Und dann kommen wir zu Platz 2 und das ist Lukas Kübler. Ich war einer der Jungs, der da gegen unsere VA gehalten hat. Ich dachte, Okbus startet. Der hat nämlich starke DFB-Pokal-Debüter gemacht, gebracht. Und ja, aber Schusti vertraut auf den Veteranen. Der zahlt ihm das Vertrauen zurück. Lukas Kübler hat dann seine Chance bekommen. Pre-Game war da vielleicht bei 60 zu 40 Prozent über Okbus. Jetzt sollte er, glaube ich, alle Kritiker verstummt haben, inklusive mich. Sollte jetzt bei 100 Prozent sein. Ja, Doppelpack als Rechtsverteidiger. Schreibt mir mal in die Kommentare, wann es das zuletzt gab. Veredelt mit unserer Note 1,5, Passquote 64 Prozent, Zweikämpfe, Tacklings, alles mit 100 Prozent versehen. Also richtig, richtig stark unser Lukas Kübler hier auf der 2. Und dann habe ich eine Honorable Mention, die muss ich bringen. Und zwar Jungs, die es hier nicht in unsere Gewinner-Chart geschafft haben, weil die einfach eh gesetzt sind. Deswegen nehme ich die hier nicht rein. Aber wir starten mal hier ganz anders. Und zwar mit unserem User von unserer Ligaanzeller-Seite. Das ist Chris Maas. Und der hat mir einen richtig geilen King-Kommentar geschrieben. Und zwar zum Bochum-Team-Check auf unserer Ligaanzeller-Website. Den habe ich mir nochmal durchgelesen. Und Chris, du bist ein absoluter Champion. Ich habe dir schon eine DM geschrieben auf unserer Ligaanzeller-Website. Check da gerne mal deine Inbox ab. Wird dir da gerne eine kleine Freude machen, was du da schreibst hier mit Limo und so. Einfach geiler Typ. Auch, dass du da unsere Arbeit wertschätzt. Das hat mich einfach mega gefreut. Und würde dir da gerne eine kleine Freude machen in Form eines Trikots deiner Wahl, wenn du magst. Mit Nummer, mit Spielernamen. Und ja, lieber Gruß an dich. Und der Kommentar da drunter, den habe ich ja fast überlesen, du. Kessem, der Mann mit der für mich schönsten, angenehmsten Stimme aller Jungs, die bei Ligaanzeller oder YouTube über Fußball philosophieren. Lisa Marie, für dich auf jeden Fall geht auch noch eine Kleinigkeit raus. Sehr, sehr nice. Sehr gefreut. Und damit kommen wir zu den Spielern. Gewinner, aber eh gesetzt. Unter dem Hashtag laufen die hier ein. Das ist natürlich wert. Doppelpack in Gladbach. Wenn auch erst im Nachschuss. Note 1,5 bekommt er von uns. Dann haben wir natürlich Kramaric mit Dreierpack gegen Kiel. Da sage ich einfach nur Joschuviek, Tomoje. Und da kann es immer noch. Note 1 bekommt er. Natürlich mit Dreierpack muss man ihm die auch geben. Grabarer, unfassbarer Einstand. Sechs Paraden, richtige Love Parade hier. Und ja, Strafraumbeherrschung 2 von 2. Dann hat er noch eine von drei Großchancen vereitelt. Also der Maskenmann direkt mit Zorro-Reflex bekommt die Note 1,5 aus unserer Redaktion. Und dann bleibt uns natürlich nichts anderes, als noch den Gewinner unseres ersten Spieltags zu enthüllen. Das ist natürlich er hier, Jamie Gittens. Viele inklusive mir nicht verstanden, warum der nicht gestartet ist. Kommt dann in der 59. Minute, schickt dann Christensen schön ins Karussell. Dann auch richtig mit so einem Swaggy Torjubel zeigt er an. Das ist hier meine Trikot-Nummer, Jungs. 4-3. Und ja, richtig geil gemacht. Und dann Nachspielzeit hat er das dann so, hat er noch einen on top gepackt. Da schön das 2-0 noch draufgelegt. Und hat damit erstmal auf jeden Fall für sich nochmal ordentlich Werbung gemacht. Und natürlich auch den BVB und Nuri Sahin erstmal beruhigt. Hat einen Top-Einstand gesorgt hier. Jamie sollte damit auch eine heiße Bewerbung abgeben für einen Startplatz in Bremen. Von uns auf jeden Fall versehen mit der Note 1,5 aus der Redaktion. Ja Leute, das war's von mir. Schreibt mir mal euren Gewinner des Spieltags in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch einfach nur ein Schicken. Und bin raus. Und sag Tschüss.